Was hast du gemacht? Arsch, warum nicht? Ich wollte damit noch fahren, Du, Edi. Ich wollte doch scheiße, du wolltest so lange auf den Kopf dazbrechen. Ich will auch eine Hälfte. Ich will auch Skateboard fahren. Ey, lass es so machen. Ey, geil. Cool, ey, kann man vergehen, wo es schaffen wird. Ah, komm, super.